Schon beim Betreten der Alm unangenehme Pfiffe für Franz Wohlfahrt. Der Augenblick der Vorentscheidung. Wohlfahrt konnte ihn nicht beeinflussen. Die Arminia gewann die Seitenwahl und stürmte anschließend mit der tiefstehenden Sonne im Rücken. Bei Schüssen von außen kein Problem für den Torwart. Wohl aber bei Schüssen aus zentralen Positionen. Ein Faulhagnas am Mittelkreis führte zum sportlichen Supergau. Über 30 Meter Entfernung, Freistoß von Matthias Breitkreuz. Der Augenblick der letztlich dieses Fußballspiel entschied. Armer Torwart. Gesehen habe ich nichts. Weiter. Wer hat denn die Seitenwahl gewonnen? Haben Sie das mitgekriegt? Wenn wir sie gewonnen hätten, hätte ich das Tor 100% nicht gekriegt. Oder wenn die Begegnung vielleicht wie immer um halb vier angefangen hätte. Da war nämlich die Sonne schon weg. Der Österreicher hat eine richtig gehende Pechsträhne. Wenn ich so alles zusammenfasse, strämen kann es nicht mehr kommen bei mir. Das gibt es noch mal nicht. Das kann ich nicht mehr so richtig erklären. Das ist unglaublich. Aber gut, das kommt vor. Ich muss da durch und ich werde es erschaffen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich.